Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man diese wunderschöne Aufgabe hier zu einem Schaltvorgang oder Ausgleichsvorgang, die mir mal ein Student per E-Mail zugeschickt hat, wie man diese Aufgabe von Hand lösen kann und eben hier die Differenzialgleichung aufstellt, sich überlegt, was passiert hier, wie sieht diese E-Funktion, die da rauskommt dann aus, wenn man diesen Schalter dann noch irgendwann öffnet und diesen Widerstand mit in diese Schaltung reinbringt und dann sollte man hier noch so ein bisschen ausrechnen, zu welchem Zeitpunkt man jetzt diesen Schalter öffnen muss, damit das hier nicht dieses kleine Überschwingen gibt von man schaltet den Schalter ein und dann schaltet man den anderen Schalter aus sozusagen oder öffnet den, sondern dass der Strom direkt auf das hier geht. Und jetzt möchte ich einfach in diesem Video nochmal zeigen, wie man diese Aufgabe oder dieses Problem so ähnlich, so äquivalent im Netzwerksimulator LTSpice simulieren kann. Den kann man sich runterladen im Internet, einfach nach LTSpice googeln, installieren. Dann sollte der ungefähr so aussehen, je nachdem, was man so für ein Betriebssystem und für eine Version hat. Klickt einmal auf New Schematic und jetzt ziehe ich mir den mal hier so rüber, dass ich hier nebenbei noch die Schaltungen sehe und baue die hier mal so ein. Also was wir auf jeden Fall erstmal brauchen, ist eine Spannungsquelle. Die findet man unter Component und die heißt dann Voltage. Die kann ich hier einfügen. Und wir brauchen einen Widerstand. Den findet man hier. Den drehe ich jetzt dreimal. Das geht mit STRG R. Dann sollte nämlich der Strom durch den Widerstand nach rechts zeigen, so wie auch in unserer Schaltung. So, dann bräuchte man jetzt ja eigentlich hier diesen Schalter. Schalter sind aber notoriously, tricky in LTSpice. Den lasse ich mal weg. Den kriegen wir auch irgendwie so hin. Der schaltet ja eh zum Zeitpunkt 0 einfach nur ein. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Widerstand. Den drehe ich auch dreimal, damit Strom nach rechts fließt. Und wir brauchen eine Induktivität. Die finden wir hier. Die baue ich jetzt einfach so rein. Dort sollte auch der Strom nach unten zeigen. Vielleicht schiebe ich mal, dafür muss ich das Fenster noch ein bisschen größer machen, vielleicht schiebe ich mal diese Induktivität noch ein bisschen nach unten, weil irgendwie muss ja hier noch ein Schalter hin. So, und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch diesen Schalter. Den findet man auch wieder unter Component und dann als SW, als Switch. So, und dann sieht man, okay, das ist ein Voltage-Control-Switch. Das heißt, der braucht noch eine Spannungsquelle, um den zu steuern. Und den packe ich jetzt mal so rum hier hin, dass da unten noch irgendwie die Spannungsquelle dran kann, die den steuert. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Masseknoten. Den packe ich mal hier unten an die Quelle hin. Das ist der Bezugsknoten für die Knotenspannungsanalyse beziehungsweise modifizierte Knotenspannungsanalyse, die ja mit der Rund abläuft. Und jetzt kann man das einfach alles zusammen verdrahten. Das geht mit diesem Wire-Tool, was man da oben findet. Und dann sieht man, wenn man die Bauelemente anschließt, dann verschwinden dort die Lötpunkte. Wenn man hier Knotenpunkte bildet oder anschließt, bilden sich neue Knotenpunkte. Und hier oben muss jetzt noch der Schalter angeschlossen werden. So, um den Schalter kümmere ich mich gleich. Ich gebe mal den Widerständen erstmal überall die Bauelementwerte. Das geht, indem man da mit der anderen Maustaste draufklickt. Und dann stelle ich hier ein, das sind 1 Ohm. Man könnte auch hier direkt auf das R klicken. 1 Ohm. Den kann ich mal sogar noch umbenennen und nenne eben einfach RI, so wie in der Aufgabenstellung. Und die Spannung hier kann ich auch V. Also das V muss so bleiben. Das ist der wichtige Bezeichner. Aber kann ich VQ nennen? So, und der gebe ich jetzt auch einfach als Gleichspannungswert die 4 Volt laut Aufgabenstellung. Und die Induktivität hier, die sollte ja 2 Henry haben. Die hat noch einen eingebauten Serienwiderstand von 1 Milli Ohm. Den nehme ich mal wieder weg hier. Und sagt, der soll perfekt 0 sein. Wobei dieser Schalter hier am Ende nämlich auch noch irgendwie einen Widerstand hat. So, also Bauelementwerte haben wir jetzt schon. Und auch wenn dieser Schalter jetzt noch nicht verdrahtet ist, vielleicht können wir ja trotzdem schon mal simulieren ohne den Schalter. Dann sollte ja letztendlich diese Kurve hier unten rauskommen. So, und das probiere ich jetzt schon mal, indem ich hier auf Run klicke und jetzt transient simuliere. Und jetzt ist ja die große Frage, wie lange muss man jetzt simulieren, damit man irgendwie was sieht. Und die Lösung steht hier unten schon so ein bisschen an unserem Diagramm dran. Zeitkonstante haben wir nämlich mal ausgerechnet. Die waren irgendwie so 2 Sekunden. Wo man jetzt 3, 4, 5 von diesen Zeitkonstanten, also in dem Fall 5 mal 2 Sekunden macht 10 Sekunden simuliert, sollte da eigentlich was ganz Passables bei rauskommen. So, mal gucken. Naja, gut. Und jetzt meckert er trotzdem rum. Er kann ja erstmal keine Definition von dem Schalter finden. Also müssen wir uns doch mal um den Schalter kümmern. Kommen erstmal nur Fehlermeldungen. Kein Ergebnis. Ja, weil irgendwie Not ist Floating. Obwohl, es kommt schon mal ein Strom raus. Interessant. Also trotz Fehlermeldung kommt ein Strom raus. Aber der Strom zeigt nicht das, was wir so erwarten würden. Er zeigt eben 2 Ampere. Warum 2 Ampere? Naja, das waren die 2 Ampere, die hier wirklich für diese beiden Widerstände in Reihe mal rauskamen. Aber man sieht nicht das Einschalten und Ausschalten. Also vielleicht kümmern wir uns erstmal darum, das Ein- und Ausschalten hinzubekommen. Und zwar dafür müssen wir jetzt nochmal auf Simulation gehen. Nee, auf Tools. Nee, auf View. Auf Run. Auf wo ist denn das Simulation Command? Achso, ich bin im falschen Fenster. Also hier kann ich, wenn ich wieder auf die Schaltung gehe, kann ich das Simulation Command ändern und stelle mal hier ein Skip Initial Operating Point Solution. Also vorher soll sich LTSpice nicht überlegen, was ist denn schon der eingeschwungene Zustand, sondern genau das soll er überspringen. Und er soll, also hier erscheint jetzt eine neue Abkürzung, UIC. Die steht für Use Initial Condition. Benutze sozusagen die Anfangsbedingung. So, wenn wir jetzt nochmal neu simulieren. Dann kommt wieder die Fehlermeldung und die Barfehlermeldung. Jetzt sieht das aber schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir diesen E-Funktionsanstieg auf 2 Ampere, nicht auf 4 Ampere, wie in meiner Lösung hier. Die 4 Ampere waren ja auch dafür, dass der Schalter hier geschlossen war. Unser Schalter ist aber im Moment nicht geschlossen. Auch wenn das hier so aussieht, der ist offen. Okay, jetzt müssen wir uns also auf jeden Fall mal um diesen Schalter hier kümmern. Ich mache mal die Schaltung ein bisschen größer. Das geht mit der Space-Taste auf der Tastatur. Und gehe mal in die Hilfe rein. Die erscheint wie immer auf einem zweiten Bildschirm. Und gucke mal in den Index nach SW. Da ist nämlich der Voltage Control Switch. So, und dem muss man jetzt, wie man sieht, also irgendwie so ein Modell mitgeben. Und in dem Modell muss man dann einen Einschaltwiderstand und einen Ausschaltwiderstand festlegen. Also eigentlich ist nämlich so ein Schalter hier in LTSpice auch nichts anderes als ein geschalteter Widerstand. Wenn ich den Schalter schließe, ist der Widerstand sehr klein. Wenn ich den Schalter öffne, wird der Widerstand sehr groß. Zum Beispiel eben 0,1 Ohm, 1 Mega Ohm. Und dann kann man auch sagen, da gibt es auch eine Hysterese und einen Spannungsabfall über dem Schalter und eine Serieninduktivität und so. Naja, und man kann da noch viel mehr einstellen. Das ist auch alles nicht, aus meiner Sicht, immer nicht so wahnsinnig gut dokumentiert, wie man das jetzt hier macht. Es gibt ein Example oder ein Beispiel, so ein Educational. Also wir kopieren mal diese Zeile hier und fügen die mal ein. Und das geht jetzt hier in der Schaltung als Spice Directive. Und jetzt kann ich hier so eine Modellcard einfügen und nenne das mal My Switch und sage, also im eingeschalteten Zustand soll der mal bitte deutlich weniger als das 1 Ohm haben. Also nehmen wir mal 1 Milli Ohm. Und im offenen Zustand soll der deutlich mehr haben als das 1 Ohm. Also ein Mega Ohm erscheint mir nicht unrealistisch. Und jetzt kann man hier, VT ist sozusagen eine Threshold Voltage. Wenn die Spannung, die wir jetzt hier anlegen, wenn die, das müssen wir jetzt ausprobieren, wenn die kleiner ist als das, ist der Schalter wahrscheinlich offen. Wenn die größer ist als das, dann geht der Schalter wahrscheinlich zu. So, und den Rest brauchen wir ja alles nicht. Das macht nur, stiftet nur Unheil und Verwirrung. So, machen das mal zu und packen das jetzt hier unten irgendwo hin. So, da ist jetzt diese Direktive. Und jetzt müssen wir dem Schalter noch erklären, dass jetzt dieses Kommando zu dem Schalter hier gehört. Das geht meines Erachtens, indem man, tja, müssen wir nochmal gucken. Also der Schalter heißt Schalter. Dann hat der Ausgangsknoten und Eingangsknoten und sozusagen diese beiden Steuerknoten. Und dann kommt als nächstes MySwitch. Also wahrscheinlich, tja, Value 1, Value 2. Also ich würde sagen, das ist das hier, was hier bei Value eingestellt ist. Da darf jetzt nicht SW stehen, sondern MySwitch. Damit verheiraten wir ihn jetzt mit diesem Kommando hier unten. Ja, und ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite hier, das MySwitch. So, und jetzt brauchen wir hier unten auf jeden Fall noch eine Quelle dran, die den steuert. Also brauchen wir nochmal einen Component, brauchen nochmal eine Voltage Source. Und die schließe ich jetzt eben auch so an, dass Plus an Plus geht und Minus an Minus. Die ist jetzt ein bisschen groß, aber die passt da trotzdem irgendwie noch gerade so hin. Und die schließe ich jetzt mal hier an, an den Schalter. So, und der Spannungsquelle, also ich probiere jetzt erst mal aus, ich setze die jetzt mal einfach auf was Negatives. Ich setze die mal auf Minus ein Volt, konstant. Ja, und das sollte ja eigentlich heißen, der Schalter ist offen. So, wenn der Schalter offen ist, sollte der, ähm, nee, halt. Quatsch. Andersrum. Der Schalter soll ja normally closed sein. Der soll ja eigentlich zu sein. Und dann soll der erst aufgehen. Also nicht Minus ein Volt, sondern ein Volt. Hoffen wir mal, dass das so passt. Ja, jetzt sollte der Schalter eigentlich zu sein, sollte irgendwie so ein Millihohm Widerstand haben. Viel weniger als der. Das heißt, der Strom fließt alles hier lang, fließt nicht durch den Widerstand. Der Widerstand hat keinen Einfluss auf die Schaltung. Jetzt sollten im Prinzip 4 Ampere rauskommen. Ähm, und ein bisschen größere Zeitkonstante, ein bisschen langsamerer Anstieg. Ja, so dass das nicht hier schon nach 5 Sekunden komplett abgeschlossen ist, sondern erst hier irgendwie am Ende. Also, Test-Simulation. Boah, sieht ganz gut aus, ne? Also, Schalter ist jetzt offensichtlich offen. Der Endwert des Stromes hat sich auf 4 Ampere erhöht und diese Zeitkonstante ist langsamer. Jetzt ist das im Prinzip genauso wie hier diese grün gezeichnete Kurve. Das, was hier grün ist, ist hier auch grün. So, jetzt wollen wir aber, dass dieser Schalter eben nach 2 Sekunden, ne? Wenn wir jetzt mal hier bei, ähm, bei dem Aufgabenteil B bleiben, soll jetzt nach 2 Sekunden aufgehen. Und nach 2 Sekunden, ähm, das wäre ungefähr hier. Ja, da kam dann, kann ich ja mal hier so einen Marker drauflegen. Also, nach 2 Sekunden. 2 Sekunden hat er jetzt hier nicht unbedingt ausgerechnet. Und das Marker-Fensterchen ist auch auf dem anderen Bildschirm gelandet. Und nach ungefähr 2 Sekunden hat man 2,47 Ampere. Das waren hier, also wenn ich jetzt noch ein bisschen länger warten würde, würden da diese 2,53 Ampere rauskommen. Da kann man sich jetzt vorstellen, da ist jetzt leider kein, kein Wert. Ähm, das kriege ich aber hin, indem ich mal hier sage, der Maximum-Time-Step, das soll zum Beispiel mal eine Millisekunde sein. Dann simuliert AT Spice jetzt einfach mehr Zeitschritte. Dann dauert das ein bisschen länger. Und dann komme ich auch besser an diesen Wert ran. Jetzt bin ich bei 2 Komma. Wundert mich jetzt, dass ich immer noch keine, keine super genauen Zeitschritte habe. Aber, ähm, egal. So, ich schiebe mal das ein bisschen hin. Also, eigentlich sollte das gemacht haben, ne? Mit Maximum-Time-Step eine Millisekunde. Ich simuliere mal einfach nochmal neu. Und klicke mal nochmal einen Cursor an. Das kann jetzt auch so ein Darstellungsproblem sein. Aber nach zwei Sekunden sind wir hier bei 2,45 Ampere. Das sind genau die, die wir hier unten auch mal vorher ausgerechnet haben. Also, das passt schon so ungefähr. So, und jetzt soll eben der Schalter nach zwei Sekunden aufgehen. Also, muss ich mal dieser Quelle hier sagen, ne, mach das mal ganz anders. Und wir machen mal so wieder so ein piecewise linear, so ein stückweise linearen Verlauf. So was wie eine Wertetabelle. Also, am Anfang soll der, soll die Spannung positiv sein. Und dann soll die bis, ähm, kurz vor zwei Sekunden. Jetzt mache ich wieder so was. Zwei Sekunden minus ein bisschen, das bisschen, nämlich eine Nanosekunde, soll die auch eins sein. Und dann soll die bis ein ganz bisschen nach zwei Sekunden, also zwei Sekunden plus eine Nanosekunde, soll, dann soll die minus eins sein. Und dann soll die bis zehn Sekunden, so lange, wie wir simulieren, soll die auch minus eins sein. Also, jetzt müsste der Schalter irgendwann aufgehen. Stellt mal fest, man hat ja eigentlich jetzt irgendwie viel zu wenig Platz, um diese ganzen Spice-Befehle und Direktiven hier hinzubekommen. Schiebt mal das hier ein bisschen runter, dass man das auch irgendwie lesen kann. So, und klickt nochmal auf simulieren. Und dann sieht das super gut aus. Das macht jetzt genau das, was ich vorher mal hier skizziert habe. Also, der Strom steigt entsprechend der besprochenen E-Funktion, Exponential-Funktion an. Ja, erreicht bei präzise zwei Sekunden. Jetzt können wir hier wieder einen Cursor draufpacken. Jetzt sollte der eigentlich auch hoffentlich genau diesen Punkt erwischen. Ja, also genau zwei Sekunden haben wir jetzt hier. Dann kommen diese 2,53 irgendwas raus. Ich kann nochmal das Octave-Fenster suchen, mit der, wenn ich es empfinde, mit der genauen Lösung. Das war hier drüben. Das sind die 2,5. Hier kommt ein bisschen ein anderer Wert raus. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Also, das liegt daran, dass hier noch die 1 Milliohm natürlich jetzt hier von dem Schalter mitspielen. So, aber passt schon ganz gut überein, auf jeden Fall. So, und dann fällt eben der Strom ab. So, und jetzt war ja, also es passt. Und jetzt war ja ein Aufgabenteil C die Frage, zu welchem Zeitpunkt T1 Sternchen anstatt von T1, anstatt den zwei Sekunden, muss man diesen Schalter öffnen, damit der Strom ansteigt bis genau auf hier die 2 Ampere. Dann mache ich den Schalter auf und dann bleibt der eben direkt bei seinem In-Wert von 2 Ampere. Und das hatte ich hier auf der zweiten Seite ausgerechnet. Ist jetzt schon eine große Seite aufgegangen. Das waren 1,39 Sekunden und der präzise Wert in Octave ausgerechnet waren diese 1,38 oder das waren eben minus zweimal der Logarithmus von 1,5. Ja, oder man könnte auch das Minus wegmachen und zweimal den Logarithmus von 2 hinschreiben. Ich könnte jetzt den Zahlenwert nehmen. Ich könnte jetzt diese Formel nehmen. Eigentlich will ich die Formel nehmen. Und jetzt ist die Frage, ob LTSpice die Formel versteht. Also ich kopiere mal einmal die Formel. Steuerung C. Guck mal, ob das funktioniert hat. Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und baue jetzt mal die hier rein und versuche die mal in diese Piecewise-Linear-Funktion reinzubauen. Das ist jetzt so ein bisschen frickelig und fummelig. Aber also da, wo jetzt das hier steht, da soll jetzt minus zweimal Log 0,5 stehen. Und ich hoffe mal, dass Log dann auch der richtige Logarithmus ist. Das müsste man jetzt mal in der Hilfe nachlesen. Und füge das da ein und mache mal okay. Dann wird das immer länger und immer länger. Man muss wissen, was man tut. Klick mal auf Run und es funktioniert. Ja, also der hat jetzt diesen Ausdruck richtig ausgewertet und hat genau zu diesem richtigen Zeitpunkt 1,3863 Sekunden den Schalter aufgemacht, sodass wir genau direkt diesen Endwert erreichen. Also das hier wunderschöne Lösung und Probe dieser Rechnung hier von Hand, die ich vorher gemacht habe, zur Lösung der Differenzialrechnung dieser Aufgabe, die eben freundlicherweise mir ein Student hier zugeschickt hat. Und dieses AT Spice Modell werde ich dann in bekannter Manier einfach wieder in der Videobeschreibung unten verlinken.